Let's play games ARK So, hallo mein lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play ARK Mit dem Darkie, dem Priest, dem Darkie Priest So, was wollten wir denn machen? Wir wollten, glaube ich, ähm, blablabla, blablabla Wir wollten, glaube ich, ähm, Hütte bauen, Hütte bauen, Hütte bauen Kann ich denn schon eine Hütte bauen? Ne, halt, ich bin ja noch nicht Aufgestiegene Schwein Ach so, hier, Wall Ne, Doorframe, brauche ich nicht Foundation, was fehlt mir dazu? Fiber Also gut Gehen wir mal Fiber, Fiber suchen Hüpp Ja, also es läuft zwar recht rund Aber, ich muss sagen, ja, ja, ist ja gut Ich muss sagen, also, ich könnte jetzt noch weiter runter schrauben, ganz einfach, um meinem PC eine Ruhe zu gönnen, weil der muckt nämlich extrem rum hier Mit was? Ja Mit was? Ja Mit recht Melo, Tinto Omnio wachsen die ganzen dinge nach weiß ich gar nicht man kann also einpflanzen oder wie ach schon wieder mein timer nicht gestellt ich will das ja alles irgendwie in 20 minuten oder wenig mehr halten aber er kennt mich ja ich finde diese schwarze an öl gedrängt die hand ja schon fast geil ja leute ich scheue mich nicht farbe zu bekennen schildkröte hat die musik was zu bedeuten muss man irgendwie merken dass ich hier die den speer auf der drei habe ich dachte gerade neben mir steht was hallo ich bin der t.rex kann ich das später noch ein bisschen ausbauen also kann man da auch ja wie will ich sagen wie will ich sagen und nicht lügen dem so einem dino befehlen zu grasen oder so schweißig so es müsste ich eigentlich genug fieber ach das ist der baum oh guck mal da oben pterodactyl so was was zeigt mir das da unten an bin ich heiß hot hot cold das da drüben ist doch böse oder ich weiß es nicht aber gut ähm was wollte ich machen hier wände ne wände 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 in winter kraftabos wall ne halt ähm halt ne foundations wollte ich mal foundation 1 2 3 was fällt jetzt guck mal wie schnell das geht hier mit xp und so was fehl setz gut setz setz mal doch gleich sagen können auf jeden fall will ich hier ne brücke rüber machen geht das irgendwie wenn ich hier auf jeden fall mal geht der denn hin auch da guck mal ja mit was mit recht mache ich hier genau hier 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 drüber gut ähm inventoren dann foundations die machen wir auf die 6 ah guck mal okay muss man jetzt ja draufhippen, ne? 6 ahja, das schließt an wie bei stranded deep gut das hier raum 1 und von hier aus mache ich die brücke rüber weiß gar nicht, ich muss da drüben auch nochmal ein thatch machen, nur um die höhe zu wissen ich schweiß es nicht, aber ich bemühe mich ihr Schweine 2 ich will holzen und setchen hm ok, ich sehe schon, das wird hier eine riesige Aufgabe nur mit ja, ja es wird hier eine riesige Aufgabe nur mit holzen und wenn ich dich jetzt töte mit der, mit der, mit dabei komm her du stimmt der mit dir nicht ah, einmal Fleisch das kann ich schon noch auf dem Grill warm machen, ne? oder sehe ich, das ist falsch hm ah, cool die automatisch reparieren hat er das finde ich es praktisch ok ich bin entkambert gut ok oh je ich sehe schon, das wird ein sehr langer Weg so kann ich hoffentlich noch ein paar so Dinger bauen, ne? naja ach, noch eine das ist ja süß also Holz habe ich jetzt 115, Fiber 51 15 15 und 45 sind 3 also brauche ich Fiber und Thatch gut 6 lasst uns feibern 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 3 3 5 Mein Wasserpropfen ist ja ganz leer. Huch, was schwindet denn da rum? Boah, der ist doch auch böse da hinten, oder? Worum auch immer das hier jetzt gerade so gekriselt aussieht, aber naja. Und wenn wir schon gleich da sind, ja, ja, das war ein Ruckler. Das mal hier. Also wie gesagt, die Picke ist gut für Thatch und die Axt gut für Wood. Hey, warum flimmert das denn hier alles gerade so? Also ich muss echt sagen, Leute, ihr müsst an den Entwickler jetzt, ihr müsst echt an der Performance arbeiten. Was? Was ist da wohl? Ja, es könnte dauern. Ich bin anscheinend zu schwer, oder? Ja. Ich bin hot. Ja, das weiß ich selber. Wer meckert? Ach, hey, hier unten. Triceratops! Ja, aber nichts ist so rotz, ich muss hier irgendwas bauen. Habe ich eigentlich alles schon? Habe ich eigentlich alles schon? Na, 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 na. Doorframe, Wall. Wie viele Walls kann ich bauen? Wie viele Walls kann ich bauen? 5, 5, 5. So. Ah, jetzt nehm ich Gewicht. Blood. Blood. Schauen wir, was kann ich nochmal? Simple Bad. Blood Extrange. Was macht das? Choose Engrams to learn spending your available Engram points. Was? Ah, ich bin mehr für den Mehrspieler-Modus. Da kann ich Use this on a human, benutze das auf einem Menschen, um ihm Blut zu extrahieren, also um ihm Blut abzunehmen für eine Transfusion. Ne, das brauche ich jetzt nicht. Fiomino-Sattel. Tatch Roof. Ich habe doch einen Roof gelernt, oder? Ne, Roof habe ich nicht gelernt, wisst ihr? 8. 8 für ein Bett. Storage Box. Genau. Storage Box wäre nicht schlecht. 2 gibt's nix, also close. So. Kann ich die gleich? Craftable? Wo ist die denn? Slingshot? Ne. Deutsch Box. Hä? Da. Was brauchen wir denn dafür? Batch. What a fetching. It's a matching. Ach, die ist gleich am Arsch. Ich weiß ja noch gar nicht, ob das hier alles nachwächst, aber... und kaputt. Ah cool, du musst wirklich einmal draufdrücken und schon geht das wieder hoch. Das ist gut. Das finde ich gut. Hm. Ja gut. Es gibt halt wie bei Stranded Deep auch wirklich langweilige Folgen. Weil man ja ein Zuhause braucht. Und nicht wirklich... Ja. Was macht in der Zeit? Aber sind wir doch mal ehrlich. Ja. 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 Na gut, ergiebig ist es ja. Muss man denn sagen. Boah. Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Heavy to jump. Äh. Mal kann ich das nicht hier machen? Hier machen. Hier machen. Hier machen. Ähm. Quierst du das? Was brauche ich denn? Wall. Wall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Wie ist mein Weight? Es geht runter. Nee. Geht wieder hoch. Hübs. Doorframe. Türrahm. Ja. 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 Und da hat er auch noch einen. Dann haben wir schon mal eine Tür. An unserem Ding. Beziehungsweise eine Türrahmen. Was? Nee. Nicht dein Ernst jetzt. Was? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ihh. Ähm. Warte mal. Steine. Job Item. So. Hm. Ah. Hier liegen die. Okay. Okay. Ich muss dringend meine... Das Gewicht erhöhen, das ich tragen kann. Geht ja mal gar nicht. Tuck. 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 In der Geschwindigkeit hat er nicht mal Ladeprobleme. Tuck. 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 bleibt es da eigentlich liegen 6 Fetch-Draw-Frame cool jetzt 7 7 7 7 7 na jetzt komm so hier wird meine Brücke rüber gehen aber 7 und 7 7 so ich habe ein Haus gebaut ich habe die Feuer gemacht halt mal bevor ich das jetzt noch auskoste beziehungsweise einfach ein Folgenpäuslein mache strahlt er mich an? hat er mich angestrahlt? oh fuck ich weiß nicht mehr wo die Steine sind naja gut dann wird das eh nichts mehr äh ja ne dann würde ich sagen bye bye meine lieben Freunde und danke fürs Zusehen bei ARK mit dem Darki dem Priest dem Darki Priest und ja wir sehen uns in einer neuen Folge denn ja ihr wollt ja sicherlich wissen ob hier die Brücke rüber gehen wird also bis deine Tschüssern mar Stone wo es bis bis es bis 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 syn bis bis bis